So, hier wieder hoch und zack. Nice, so. Damit hätten wir endlich mal was ordentliches gefunden. Steinschwert und ne Lederbuchse. So, he he. Damit ist, äh, der... Uh, das ist der Mond. Ich dachte, hier wär jemand. Damit ist der TT-Gamer auch Geschichte. Da hinten kommt wer. Das ist, glaub ich, Daftmel. Ha! Ich glaube, das ist Daftmel. Ich versteck mich mal so ein bisschen. Ich versuche es zumindest. Das gelingt mir aber wohl nicht so richtig. Mal gucken, so langsam. Jetzt hab ich ein Steinschwert, ne Lederhose. Der Dschungel brennt, schreibt hier irgendwer. Und Phase 2. Achso, stimmt. Es wurde abgemacht, dass es mehrere Phasen gibt. Weil die Map so groß ist. Gibt es mehr, dass es tatsächlich Daftmel. Ich hau ab. Der ist ver... Ja, mittlerweile hat er mich natürlich gesehen. Wieso trifft er mich und ich ihn nicht? Scheiße, was war das denn? Fuck! Das... Ah, das hab ich nur meiner Internetleitung zu verschulden. Jetzt hatte ich grad Gegenstände gefunden, ey. So ein Scheiß. Okay, so. Die Kettchen hier. Ich mach einfach mal mit. Ist mir egal. Jetzt hab ich grad was abgebaut. Auch wurscht. Äh, okay, nur noch die Hälfte ist da. Äh, was mach ich jetzt? Gut. Ähm, alles klar. Das war's. Ich bin tot. Super. Sobald ich hier auf eingetroffen bin. Direkt K.O. Naja. Äh, was bringt jetzt eigentlich der... Okay, dann mach ich zuerst mal den Geistermodus hier rein. So. Und dann... Äh, wen... Äh... Hoppala. Wo sind... Äh, was ist denn jetzt los? Achso. Okay. Das ist... Das macht Duftmel also gerade. Alter, hat der eine Ausrüstung? Ja, der ist eh einfach viel besser als ich. Meiner war nicht so gut. Jetzt verliert er aber gerade Leben. Hm. Okay, das ist ja natürlich nicht mehr ganz so spannend. Äh, da ich nicht mehr selbst mitspielen kann. Allerdings, egal. Äh, ich nehm trotzdem noch den... Den Rest auf. Und dann schauen wir uns mal... Ja, im Moment. Aus der Sicht von Duftmel. Da ist aber allerdings nichts Interessantes. Dann wechsle ich einfach mal... Zu Debitor. Der müsste auch so heißen, oder? Dann gucken wir mal. Ja, der ist hier gerade unterwegs. Der hat auch ein Steinschwert. Uh, der hat sogar Flint. Äh, ein Feuerzeug. Und ein Bogen. Meine Fresse. Haha. Duftmel ist gerade, äh... Hä, hä, hä. Äh, der ist gerade, ja. Der kommt nicht mehr weg. Super. Also Nils. Marv fragt, ob er sein Schwer zu ihm bringen soll. Oh Gott. Ja, bei Debitor lebt die Welt bei mir gerade nicht. Ich sehe gerade nicht genau, wo der ist. Was der macht. Äh, deswegen ist das gerade relativ sinnfrei. Okay, dann gucke ich mir lieber mal an, was, äh, Marv so macht. Also Marv Kraft, so heißt er doch. Marv Kraft. Scheiße. So heißt er nicht. Äh, äh, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Äh, jetzt habe ich es falsch geschrieben. Marv Kraft. Ich habe mich eben auch vertippt. Das gibt es ja gar nicht. Wieso geht das nicht? Hm. Naja, dann bleibe ich erstmal hier bei, äh, bei Debitor. Ne, ich sehe ja hier gar nichts. Moment, da muss ich mal gerade was gucken. Und zwar... Ne, doch, das müsste so gehen. Wie ich mir das hier vorstelle. Äh, gut, dann mache ich mal, ähm, Spektate. Was macht das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ach so, jetzt ist Phase 2. Okay. Spektate. Off. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Gut, und jetzt können wir uns hier anschauen, wie Phase 2 gleich beginnt. Äh, komme ich hier, komme ich hier vielleicht irgendwie durch? Ne. Ah, doch hier. Hier kann ich mir jetzt anschauen, wie Phase 2 beginnt. Da sind sie. Debitor LP. Hier ist Geld klar. Debitor rennt direkt hier unten. Na, ne, der rennt doch nicht zu der, äh... Und die Lay LP ist tot. Darf man ja den Blatt gemacht. Okay, er rennt zur Truhe und checkt die mal ab. Aber da hinten, uh, da hinten wird kräftig... Marv hat auch einen Bogen. Marv gegen Down for Life. Oh, ho, ho, ho. Die haben aber beide einen Bogen. Hier wäre ich komplett untergegangen. Jetzt Marv gegen Down for Life. Wer wird gewinnen? Haha. Oh, Down for Life mit dem Goldschwert. Das bringt ja nichts weniger. Ich glaube, Marv hat sogar ein Eisenschwert. Oh, jetzt hat er daneben geschossen. Der ist wohl eher kein Legolas. Die Boxe sich hier weiter. Und Duffman kommt dazu. Beide Ging Down for Life. Da verbünden sie sich. Und jetzt ist er tot. Und das war es wohl für Marv, oder? Der hat hier... Oh, der hat schon schwer einstecken müssen. Der setzt ein Spinnennetz. Oh, ganz clever. Marv setzt hier clever ein Spinnennetz ein. Oh, die beide kloppen sich aber richtig lange. Oh, die sind beide tot. Haha. Haha. Super. Haha. Haha. Klasse. Haha. Marv und Nils schlachten sich gegenseitig ab. Haha. Klasse. Das war super. Aber Marv hat hier clever gekämpft. Also der war eigentlich im Nachteil. Ich kenne jetzt natürlich nicht die... Die, ähm... Die genauen Daten... Also Quatsch. Die genauen Daten. Die genauen Rüstungen, die sie hatten. Ich weiß nicht, wer welche Rüstungen hatte. Ich glaube, da war Nils sogar noch ein bisschen besser ausgerüstet wie Marv. Und Marv war schon geschwächt von dem Kampf gegen Down for Life. Aber, meine Fresse. Da hat Marv sich schön gewehrt. Und, äh, des Spinnennetz. Das kam so überraschend, dass der dann Spinnennetz setzt in diesem Kampf. Klasse. Wirklich, äh... Also da muss ich sagen, äh, Hut ab. An Marv. Vielleicht bin ich irgendwann auch mal so gut. Aber ich hab gesagt. Ja, der, der Marv, den hatte ich direkt richtig eingeschätzt. Der kann. Das ist, äh, der Mann, der kann. Also gut. Dann schau ich mir jetzt mal an, was Debitor macht. Das ist der einzige, von dem ich noch weiß, dass er drin ist. Deswegen... Also, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich jetzt nochmal mal gucken. Ach, jetzt schlägt er mich hier. Hau ab. Oh. Auch egal. So. Ähm. Ach, ich bin auch blöd. Ich hab das immer falsch geschrieben. So, jetzt aber Debitor. Dann schau ich mir an, was der so macht. Der rennt hier rum, aber das leckt schon ziemlich, wenn man... Wenn ich bei jemandem, äh, zuschaue. Der... Oh, der hat hier eine Kuh. Der holt die gar nicht mit. Der killt die gar nicht. Aber guck mal, was das für die Ausrüstung hat. So was hab ich schon mal gar nicht gefunden. Ähm. Aber der hat hier Schwertbogen, Angel... Diamanten hat der sogar. Und dann noch, äh, Fleischragout hier. Fleischwanzensuppe hat der noch dabei. Naja. So, kann ich nicht irgendwie sehen, wer noch drin ist oder so? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Na gut. Okay, Debitor geht wieder rein in die Höhle des Löwen. Rein zum Startpunkt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wer hier den Sieg von sich tragen wird. Äh, sagt man so? Nee, so sagt man nicht. Ist aber auch egal. Hehe. Ah doch, er kommt doch wieder raus, Charlie. So wird hier nicht rauskommen. Okay. Ist aber relativ unsinnig hier, ihm jetzt die ganze Zeit zuzuschauen. Deswegen mach ich das mal wieder off. Und, äh, jo. Dann. Ach, das war... Hab ich es falsch eingetippt. Muss es aneinander schreiben. So. Und dann, äh, schau ich selbst nochmal. Oh, das war schlau. Was ist denn jetzt? Ist mein Dings weg oder was? Äh. Wieso kann ich nicht mehr fliegen? Ah, jetzt geht es wieder. Sehr gut. So. Und das war's. Die B2LP hat gewonnen. Dann gratulier ich mal. So. Ach, der hat ja noch nicht mal selbst, äh, gekillt, oder was? Äh, der ist scheinbar ertrunken, der andere. Naja. Das war's damit. Mit dem Minecraft Hunger Games. Meine Damen und Herren. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ähm, mir hat's Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht nochmal irgendwann mitmachen werde. Bestimmt. Bei irgendeiner anderen Runde Hunger Games. Ähm. Jo. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung des Videos und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.